Hallo Leute, ich bin's da wieder, der Chris und heute geht es weiter mit dem Let's Play Resident Evil 6. Und ja... HQ und Alpha Team, das Rad, was ist auf der anderen Seite? Bravo, abholen und vorrücken. Wie ist Ihr Status? Gab es Verluste? Oh, was haben wir denn da? Auf der Brücke wurde jemand angeschossen. Panzer auf der Brücke! Der Weg ist blockiert! Okay, Leute, den Verwundeten zu bergen haben Priorität. Das zum Thema, die fahren bestimmt kein Panzer. Okay. Ja, äh, toll, jetzt haben die sogar noch ein Panzer am Start. Das ist, äh... Also... Ist das noch... Mann, das erinnert mich irgendwie nicht so ganz an Resident Evil. Ich finde, das ist irgendwie was komisches geworden. Naja. Feuerschutz von der Blanke geben. Los! Ab rüber mit dir! Mein Kleiner! Schön. Der ist gleich davon, aber schwer verletzt. Sie müssen ihn rausholen. Verstanden. Ich gehe voran. Oh Gott. Na? Wow! Was ist denn nun passiert? Ich komme. Oh! Ähm, ist das nicht ein bisschen steil geworden? Okay. Glücklich, glücklich, glücklich. Vielen Dank, Film. Wie geht es unserem verletzten Freund? Er lebt noch! Ich werde erste Hilfe leisten! Oh, wie er schreit! Ein alter T-42-Panzer bewegen. Oh! Er scheint, politiziert zu sein. Jetzt fahren sie schwere Geschützer auf. Oh, verdammt! Zerstören sie den Panzer! Ach, ja. Ähm, kann ich noch weiterwerfen? Schade. Hallo. Was macht er denn? Man... Kann ja mal irgendwie normal laufen. Gott! Hält man ja nicht aus. Ich soll jetzt den Panzer zerstören. Ich brauche eine größere Waffe. Ketten! Wenn sie den Panzer dann wegkriegen, kann ich mich um den Truck kümmern. Oh mein Gott. Ja, schön. Kann ich das auch irgendwie dann in die andere Richtung... Nee, wahr? Schade. Hm. Ich will kurz hier hin. Hey, Alter, dieser Panzer ist echt brutal. Mein Gewehr schafft das nicht. Ich brauche etwas Stärkeres. Los, vorwärts! Keine Chance! Nicht jetzt! Ach, Mann! Dias! Hinter dem Panzer ist ein Treibstofftank. Beschießen! Captain! Der Panzer ist noch im Weg. Keine klare Schusslinie. Schaffen Sie es, ihn wegzulocken? Wie soll ich den denn jetzt bitte weglocken? Ähm. Ja. Oh, was habe ich denn jetzt bitte gemacht? Guter Schuss, Pierce. Oh, oh. Ja, schön. Mann. Nein, was macht er? Ich wollte doch einfach nur mit meiner Waffe zielen. Okay, schön. Ey, komm, es nervt mich, wenn ich hier mit meiner Waffe zielen möchte und dann irgendwie an andere Waffen rangehe, äh, die ich eigentlich gar nicht benutzen möchte. Oh, oh, oh. Ganz schön blöd. Ah, ja. Oh, ich bin tot. Oh. Ja! Mh, das hat weh getan. Oh. Ich dachte, der kriegt mich da nicht ins Visier, aber doch, habe ich mich wohl getäuscht. Sag mal, außer Kopfschmerzen passiert auch nichts, oder wie? Ah, wo ist er denn? Wo ist er? Ja, jetzt ist er natürlich tot, wa? Okay. Kletter ich mal hier hoch. Ui, ui, ui. Da haben die sogar einen Panzer am Start. Ich will auf die obere Ebene der Brücke. Wir treffen uns oben. Okay. Noch weiter nach oben. Okay. Wow. Und was haben wir hier? Munition. Schön. Und hier haben wir Fähigkeitspunkte. So. Na, das sieht schon mal sehr interessant aus. Räumen Sie den Weg zum Fortkommen frei. Ah, wow. Ah, Mann. Ah. Ja, schön. Ja, schön. Na, Kopfschmerzen. Ne? Ah, ja, ja. Wow, ich hab... Mann, ich höre hier irgendwie immer Gestöhne und so weiter. Hm, hm, hm. Kletter ich mal hier rein. Ich kann hier nicht... Ach, kommt. Naja, egal. Dann werde ich mal hier lang gehen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So, dann werde ich mal diese Kiste hier zerstören und hoffen, dass hier Munition rund ist. Ja! Schön. Gibt's hier etwa ein MG oder sowas in der Art? Weil sonst ist hier ja gar nichts. Ich freu mich... Okay. Wow, wow, wow. So, und... Ach so, das war's schon. Okay. Nochmal. Und... Ab, runter damit. Oh! Schön. Alter, sag mal... Was ist denn das bitte für eine Scheiße hier? Gehen Sie erstmal ohne mich weiter. Niemand aus diesem Team wird zurückgelassen. Wir halten hier erstmal die Stellung. Und wenn du ihn tragen musst, bedingt eure Ersche hierher. Ja, Sir. Sind unterwegs. Okay. Wir müssen diese Brücke sichern, bis Finn zurückkommt. Verstanden! Wie soll man das denn bitte... ey, sag mal, wollen die mich jetzt hier wirklich auf den Arm nehmen? Oder ist das eine Art Scherz geworden? Oder so? Also, die Zombies, beziehungsweise diese, ja, infizierten Teile, können mit, äh, Flugzeugen fliegen, können mit Panzern fahren, können Fallschirmspringen und, ähm, ja, sind eigentlich, ähm, so wie normale Menschen drauf, oder wie? Ich meine, das ist doch nicht normal. Hm. Und ich hab keine Munition mehr. Toll. Ich bin unten an der Leiter, Sir. Ich bin gleich da. Oh, Mann. Ja, schön. Also, äh, ich hab hier immer Munitionsmangel, ganz ehrlich. Ah! Ich trainiere meine Arme! Ja! Ja! Oh, Mann. Hier, Sir! Okay, an die Arbeit! Wir müssen ihrer Verstärkung den Weg abschneiden. In die Brücke! Ja, Sir! Eil, Scheiße! Fuck! Na, das wird mir Spaß. Keine Munition. Au! Oh! Jetzt nicht sterben! Jo, hilf mir! Toll! Es ist, äh, sehr schön. Habe ich vielleicht irgendwie, ah! Kombinieren mit dem hier und dann... noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja, das ist mir schon Feuer eingefallen. Äh, aufgefallen vielmehr. Na los! Ja, endlich! Ja, Geht doch! Hm. Waffenmodi. Sie können den Modus ihrer Waffe mit Dreieck ändern, wenn Sie sie zuvor mit L1 bereit halten. Aha. Schön. Sherry Birkin, nationale Sicherheit. Sherry Birkin, Sie waren in Recon City. Woher wissen Sie das? Claire. Moment. Sind Sie Chris? Meine Schwester hat mir von Ihnen erzählt. Cap, dieser Mann gehört zu den Rebellen. Ja, er ist ein Söldner, aber im Moment steht er unter dem Schutz der US-Regierung. Er ist keine Bedrohung für die BSAA. Es sei denn, jemand bezahlt mich dafür. Was hast du gerade gesagt? Was? Gar nichts. HQ und Alpha Team. Der Verstärkung ist es unmöglich zu landen aufgrund der starken Flak-Atelierie. Schalten Sie sie aus. Alpha Team, verstanden. Was zum? Großes Fallsobjekt auf dem Radar geoffert. Es kommt direkt auf dem Tuch. Oh Mann. Da ist das Riesenteil mal wieder am Start. Wir reden später. Jetzt suchen Sie sich sofort Deckung. Och Mann. Die Dinger nerven. Also, ich finde die jetzt momentan echt ein bisschen scheiße nervig. Ich bin mal hier hoch. Wir werden uns darum kümmern. Oh, oh, oh. Ja, scheiße. Ich habe gar keine Munition. Ha, ha. Na, das ist natürlich etwas scheiße. Ich habe keine Angst. Bringen Sie sich in Sicherheit. Ich habe keine Sorge. Ich kann auch nicht aufwarten. Aber Sie brauchen Hilfe. Okay, er ist tot Wow Achso, ich dachte es ja Na komm So, der ist tot Der ist auch tot, oder? Ist er tot? Ist er tot? Ja, er ist tot Schön Ja, Mann Oh, oh Immer schön angreifen Immer schön angreifen Ei, ei, ei Oh, verdammt Scheiße, keine Munizur mehr Okay, okay, okay Ja, wird ja schon gemacht Kann ich, kann ich? Ja, schön, ich kann es machen Ja Na los, na los, na los, na los, na los Ja, auch geschafft Okay, endlich Ist das tot? Es lebt noch? Na komm, hat er es? Ja, schön Klappt doch Oh, verdammt Toll Hier waren Kisten Wo bin ich denn überhaupt? Ah, okay Ähm, das andere ist jetzt da oben Okay Kann ich hier rein? Nein Oh Oh Das Riesenteil ist unter mir her, oder? Nein Oh, glücklich Ähm Ich glaube, das wird mir wirklich wenig Schön Schön Wofür ist denn solch eine Plattform gut Wenn man einfach mal keinen Verwendungszweck dafür hat Ja, toll Ja, ich werde natürlich vollkommen zugeballert Wie soll meine da jetzt bitte hinkommen? Hä? Ne, den schließe ich mal lieber nicht ab Ähm Achso, die Tür ist jetzt plötzlich offen Okay, schön Finde ich ja echt genial Toll So eine Sache mag ich natürlich richtig Ähm Ja, klärt euch mal hier hoch, ne Und der ist tot Schön Naja Naja, beeil dich Du sollst hier niemanden stören Dich will niemand Und Bam Oh mein Gott Oh, verdammt Ah, ich hab wieder Munition hier Schön Bringe jetzt Bringe Allung an Ich helfe Ihnen Okay, okay, okay Ja, ja Ja, komm Bild mir Dankeschön Na ja Ähm Ich nehme mal Das hier Ja Mann Lass mich doch mal durch Bringe jetzt Wieso Wieso will er mir denn immer helfen Wenn er geschlagen wird Ich meine Was ist das denn bitte Wow Wow Ich wusste ja gar nicht Ich weiß nicht, dass dort noch mehr sind Mann Ja Ja Es ist ziemlich blöd Wenn man hier Nicht so enorm viel Munition hat So Jetzt kann ich es wieder benutzen Okay Oh Sollte ich Anders lang gehen? Ne, wa? Ne? Ja Ja Schön Oh Nein Ey Kommt, Leute Was soll denn dieser Blödsinn gerade? Das ist ja mal widerlich Anfang Ich brauche Leben Wow Wieso ist denn Da plötzlich noch einer Ja Ja Ja, ja Ja, ja Ja, komm Oh, oh Dankeschön Für die Hilfe Ja Wow Mann Okay Okay Nein Nein, er ex Ah Ist ein bisschen komisch Ah Ist da Leben Nein Nein Doch Oh Ähm Aktiviere ich mal gleich Okay 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 Alter. Ah, da sind noch mehr Kissen. Schön, schön, schön. Ja. Oh mein Gott, toll. Jetzt wird noch der unterirdische Gang demoliert. Super. Ist das ein Gegner? Wie satt hat er den denn so ignoriert? Ah, stirr du elendes Vieh. So, da liegt auch noch was, okay. Eieiei, ist das dunkel. Ah, das war's. Ähm, müssen wir da wirklich, okay. Immer schön angreifen. So, jetzt geht's hier wieder nach oben. Oh, was haben wir denn da? Ah. Okay. Ah. Wir sind gleich da. Schön. Oh, oh, verdammt, verdammt, verdammt. Oh. Beine hätte ich das echt nicht mitbekommen. Dass jemand auf mich zielt. Woher kam denn... Ah, da. Schön. So, runter und nun... Ich bringe jetzt Sprengladung an der Flacke. Mach das. Ja, ja. Ach, du Kacke. Er fängt gerade an und dann... Ja, ich hab's fast geschafft. Ja. Oh. Gibt's hier oben noch irgendwelche Leute? Nee, wa? Naja, er hat sich ja wirklich was geschafft. Na. Da ist er. Mann, das Zoom ist, ich bekomme die nie so richtig ins Visier. Ah. Ja, komm, komm, komm. So. Er hat's geschafft. Super. Toll. Und... Das letzte Geschütz wurde jetzt auch zerstört. Endlich. Bam. Alle Flacke Schütze wurden zerstört. Gute Arbeit, Alpha. Aber es ist noch nicht vorbei. Echo Team kann nicht landen, bis die Aktion BOW erledigt ist. Oh, nee. Okay. Mal sehen, ob sie schwachstellt hat. Auch freigelegte Organe zielen. Feuer frei! Ach, schmoll. Alpha, hier Echo. Sehen Sie sich bei den Rücken genau an. Das Gerät da ist direkt mit den lebenswichtigen Organen verbunden. Ich weiß nicht wie, aber ziehen Sie es raus! Ja, schön. Wie komme ich jetzt da überhaupt hin? Ich meine... Gibt es irgendeinen Weg dahin oder nicht? Ah, da gibt es eine Leiter. Die benutze ich doch. Oder auch nicht. Na, komm. Oh. Da war ein Ausrufezeichen, Mensch. Ho, 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 ho. Okay. Mann, was ist denn das für einer? Will er mich verarschen? So. Ah, ja. Schön. Ey, sag mal, die können so gut ausweichen. Wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin? Irgendwie mag ich diese unterirdischen Gänge überhaupt nicht. Wow! Was ist denn hier jetzt los? Okay. Ja, was will der denn jetzt von hier? So, dann werden wir das mal mit dem kombinieren. Ei, 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 ei. Und ab, raus hier. Ja, ich würde irgendwo gerne rein. Das ist schon richtig. Ja, ja. Schön, geschafft. Weil von hier geht es eigentlich ganz... Oh. Dann zeig mal deinen Rücken. Ha. Na toll. Das kann etwas problematisch werden. Nee, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig jetzt. Wow. Gibt es hier noch irgendwo... Nee. Ah, ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Und? Wie soll man das denn so schnell drehen? Wie soll man das so schnell drehen? Mann. Oh, oh. Nein. Ey, Alter. Ey, komm, lass mich mal in Ruhe. Oh, Junge. Das ist ja gestört. Was soll das denn? Bitte was? Ich wurde, ich wurde wiederbelebt. Einfach mal so. Und dann bin ich gerade am Leben und stehe auf und werde dann sofort getötet. Ey, kommt, Alter. Ey. Ich mache einen Schnitt, Leute. Ich mache einen Schnitt. Nein. Ich mache jetzt einen Schnitt. Bis gleich. So, Leute. Jetzt geht es wieder los. Ich habe es geschafft. Und bin einfach mal durch den Tunnel durchgesprintet und habe jetzt, glaube ich, wirklich wenig Munition. Aber egal. Wird schon klappen. Diesmal versuche ich, das ganz schnell zu drehen. Auch wenn ich da nicht so der Allerbeste bin. Ich meine... Naja. Aha. Okay. Nun gut. Dann warten wir mal kurz auf den, bis er hier ankommt. Und ja, da ist er ja schon. Das große Riesenteil. Ja. Na? Au. So. Oh, was macht der denn da jetzt? Ja, das hat irgendwie gar nichts gebracht. Aber egal. Ei, ei, ei. Also diese Riesenendgegner, die sind ja echt ein bisschen... Naja. Ja, und nun? Bitte. Ja. Okay. Jetzt drehe ich so schnell wie möglich. Oh Gott. Ja, 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 ja. Ja, geschafft. Geschafft. Wuhu. Haha. Oh, endlich. So. Na, geht doch. Oh. Oh. Okay. Das war's mit dem Teil. Ha. Der Pilot hat schon ihre Koordinaten. Vielen Dank für ihre Hilfe. Hey. Hey. Kennen wir uns? Ihr Soldaten sieht für mich alle gleich aus, Kumpel. Tut mir leid. Willst du uns verarschen? Ist schon gut. Guten Flug. Wir können ihn doch nicht einfach gehen lassen. Verdammt, wie viele Männer haben wir durch Söldner wie ihn verloren? Er ist nicht unser Problem. Konzentrieren wir uns auf die BSAA-Mission. Bioterrorismus bekämpfen, Sir. Ich weiß, warum wir hier sind, Anfänger. Okay. War's das mit dem Kapitel, oder geht's jetzt noch weiter? Hm? Rutschen. Drücken Sie während eines Sprints L1, um zu rutschen. Indem Sie rutschen, können Sie Angriffe ausweichen, Gegner benommen machen, Kisten zerbrechen und enge Zwischenräume passieren. Und es geht weiter. Okay. Aber, äh, ich werd mal den Part so langsam beenden müssen, weil der sehr lange schon geht. Ah. Oh. Durchsuchen Sie das Rathaus. Ja, das mach ich, wie gesagt, im nächsten Part. Und von daher würde ich mal sagen, ciao, Leute! Ciao, Leute! Ciao, Leute!